Ich finde, das ist eine super Idee, weil die Verbindung, dass man online kaufen kann für sich selber und dabei sozusagen in derselben Sekunde was Gutes tut, finde ich ganz großartig und wahrscheinlich die beste Form des Sozial-Shoppings oder des sozialen Einkaufens. Von daher unterstütze ich das sehr. Ich hoffe, dass du ganz viele Partnerfirmen gewinnst, die bereit sind, die Aktion zu unterstützen und hier eben wirklich nachhaltig zu helfen, ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und ich glaube, das kann man einfach so empfehlen.